hallo ich bin carsten und dies wird heute mal eine v a für den lieben olli und den will von den beiden kanälen einmal der olli mit dem kanal bunga bunga ohr und für den will von dem kanal will im krämer und zwar habt ihr ja anlässlich des erreichen oder des gemeinsamen erreichen von einer abonnentenzahl von 555 zu einem kleinen giveaway aufgerufen und wir sollten eine v a drehen zum thema der fünf elemente und ich muss sagen es ist zwar ein interessantes thema aber mir fiel das thema nicht wirklich leicht ich hatte verschiedene ideen zu dem thema habe verschiedene ideen ausprobiert und irgendwie wollte nichts hinhauen darum habe ich dann im internet ein bisschen hin und her recherchiert und habe dann bei meinen recherchen ein gedicht zu dem thema gefunden und das gedicht ist meines erachtens zeitlich ziemlich aktuell und deshalb möchte ich euch dieses gedicht dann gleich einmal vorlesen so ich stoße dann mal auf auf euch und euren kanal an bevor ich dann jetzt gleich mit dem gedicht anfange elemente feuer du lebend wesen deine natur so heiß in deinen flammen will ich lesen voller kraft auf deine weiß wasser du gibst leben deine natur so tief in deinen armen schlafen legen vertrauenvoll dich rief luft du bringst klarheit deine natur so weit in deinem namen ist die wahrheit übergebe dir das leid mutter erde wir sind kinder deine natur ist aller mutter mein wo ist dein erfinder wirst du uns verzeihen elementel feuer wasser luft und erde ihr seid die göttlich herde feuer wasser luft und erde auf das der mensch vernünftig werde zu viel ist schon zerstört zu viel ist schon kaputt zu viele haben sich verschwört zu viele sind korrupt der mensch regiert das erden rund spielt sich noch göttlich auf schlägt seine mutter blutig wund und scheißt noch oben drauf ja das war dann das gedicht eines denke mal er ist unter einem pseudonym veröffentlicht auf der internetseite reimemaschine.de ich werde das gedicht dann unten in der infobox verlinken ich denke das gedicht ist sehr aktuell geschrieben wurde es haben oder veröffentlicht am 2.1.2013 und ich denke mal das ist nicht das was ihr euch für eine va erhofft habt aber mir ist leider nichts besseres eingefallen wie gesagt ich bin ja dann auch schon seit einiger zeit abonnent eurer kanäle ich muss sagen ihr macht beide ganz ganz tolle videos ihr seid beide von der ich sag jetzt mal technik her vom künstlerischen her recht weit vorne das muss man sagen also ihr macht schon technisch recht anspruchsvolle videos und da schaue ich bei euch beiden immer wieder gerne rein ich finde es auch schön dass ihr euch auf youtube gefunden habt und dann auch vieles zusammen unternehmen aber ich hoffe euch auch trotzdem ab und zu mal wieder alleine zu sehen weil dann sind die videos doch ein bisschen anders wenn ihr alleine seid nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch alles gute danke euch fürs zuschauen wir sehen uns auf youtube und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020